Die Relegation Die Relegation Die Flanke kommt kurz Schosse lebt noch Und jetzt sehen wir hier also die Aufstellung der Gäste heute Schauen wir uns mal ihre taktische Ausrichtung heute an Wir sehen hier die vier... Der Angriff könnte was werden Der ist doch heiß Entschlossen geklärt Die Ecke kommt rein Da müssen sie den Ballverlust hinnehmen Könnte die Führung werden Nicht dreht Klasse vom Torwart Jetzt der Eckball Guter Einsatz Ball ist erst mal wieder weg Da ist Platz auf dem Flügel Situation geht weiter Immer noch gefährlich Kann er was draus machen Da zieht er ab Sie machen das Tor Fahne ist oben Abseits Und damit zählt das Tor natürlich nicht Ganz genauso Wolf Beim nächsten Foul ist die Karte fällig Klasse Pass Macht er gut Jetzt kann er den Ball reinbringen Dem Albutaz Ja, könnte was werden Da erobert er den Ball Er zieht ab Das macht er gut Den Ball hält er fest Auf außen ist jetzt Platz Hereingearbeit Gefährlich Es geht den Abschluss weiter Da ist die Chance für die Flanke Flanke an den kurzen Pfosten Er kann abwehren Aber der Ball weiter im Spiel Hereingearbeit kam gut Aber der Ball ist erst mal weg Flanke kommt Wirds jetzt gefährlich Schuss zur Führung Ja, er hat den Ball Im eigenen 16er Gute Aktion Jetzt der Schuss Und da klingelt es im Kasten Treffer zählt nicht Da ist die Fahne oben Gut gesehen vom Assistenten Da kommt noch mal die Wiederholung Ja, klare Nummer Da steht er eindeutig im Abseits Alles richtig gemacht Vom Assistenten Ja, geht gut dazwischen Er ist frei Der kann was draus werden Er pariert Aber der Ball bleibt im Spiel Was macht er draus? Guter Zweikampf Sieht gefährlich aus Das könnte die Führung geben Das ist das erste Tor dieser Partie Und jetzt ist die Freude natürlich groß Ja, Riesenjubel Bei den Fans Bei den Spielern Ein wichtiges Tor Unmittelbar vor dem Allzeitpfiff Kommt dieser Treffer Da gehst du natürlich mit einem Richtig guten Gefühl in die Pause 1-0 3 Minuten Nachspielzeit Sind hier jetzt angezeigt Jetzt ist es gefährlich Jetzt vielleicht Fällt das Tor doch noch Das Tor wird hier erstmal für klare Verhältnisse Und mit dieser Führung im Rücken Da können sie jetzt ihr Spiel aufziehen Ah, ist das bitter für den Kiefer hier Den ersten hat er schon abgewährt Ja, aber eben nicht festhalten können Und dann ist das Ding natürlich leichte Beute für einen Stürmer 2-0 steht es hier Sie machen einen guten Eindruck Scheinbar alles im Griff 2-0 zur Pause Mal sehen, was sich im zweiten Durchgang noch tut So, rein in den zweiten Durchgang Weiter geht's Schauen wir mal, wer hier in diesem Finale Diesmal die ersten Akzente setzen kann Abstoß, Ball war draußen Guter Vorstoß, kann was werden Und jetzt die Chance Das ist natürlich ärgerlich Wäre hier eine gute Chance gewesen Gut aufgepasst Die Flanke wurde abgeblockt Ballbesitz ist weg Jetzt müssen sie dranbleiben Schöne Flanke jetzt Das war nicht schwer für ihn Aber da musst du ihm auch erstmal richtig stehen Die sind richtig gut drauf, Freunde Weiteres Tor Und der Gegner muss aufpassen Dass ihm das hier nicht komplett entgleist So, jetzt können wir uns den Treffer nochmal genauer anschauen Diesmal aus einer anderen Kameraperspektive Da tut sich was an der Seitenlinie Es wird hier einen Wechsel geben Macht er gut Kann er was draus machen Der Reingabe kommt an den langen Pfosten Oh, war das knapp Bei so einem Ding musst du natürlich auch ein bisschen Glück haben Hat leider gefehlt Gefährlich Sieht gefährlich aus Oh, der ist drin Kurze Distanz Das war dann nicht allzu schwierig Damit setzen sie ja noch ein Tor drauf Alles im Griff Ganz souveräner Auftritt Noch mal der Treffer Diesmal aus einer anderen Perspektive Ja, könnte was werden Ganz energisch Jetzt vielleicht Das ist der Treffer Da haben sie sich klasse durchkombiniert Und dann macht er plötzlich ganz frei Und so eine Chance nutzt er, dann ist er klar Dieser Treffer ist auf jeden Fall noch mal eine Wiederholung wert Eine perfekte Hereingabe von der rechten Seite Hier nochmal schön zu sehen Und da dürfen sie den Vorbereiter zurecht feiern Tolle Szene Erst die wunderbare Flanke Und dann dieser Schuss Ja, stimmt alles bei dieser Aktion Es geht nicht besser So Buschi, es gibt die Auswechslung Ja, jetzt kann er den Ball reinbringen Ball kommt nicht durch Ab, er ist da Ah, da wäre jetzt Platz Wichtige Aktion Entscheidet schnell und richtig Es gibt Vorteil Vielleicht die Konterchance Ah, da hätte es schneller gehen müssen So ist die Abwehr wieder da Konterchance vertan Jetzt haben sie den Ball Toller Pass Achtung jetzt Da klatscht der Ball an den Pfosten So, noch ein bisschen Ergebnis Kosmetik Mehr aber auch nicht Ja, schade Das ist aber auch kein echtes Aufbäumen mehr An der Niederlage ändert sich Sicher verwandelt aus kurzer Distanz Den macht er ganz sicher Ja, ja, den besser Guter Einsatz Ball ist im Haus Es gibt Einwurz Jetzt könnte er die Flanke in den Strafraum bringen Weite Flanke, nicht ungefährlich Gut gemacht Der Ball ist erstmal raus Ball in Zeiten ausgeklärt Sie bekommen den Einwurf Jetzt wird es einen Wechsel geben Und ich bin gespannt, ob der neue Mann hier sofort reinfindet in diese Begegnung Nicht einfach gegen dieses frühe Pressing anzukommen Sehr gute Passquote hat er heute, auch der Ball kommt an Geht gut dazwischen, weg ist der Ball Nur noch vier Minuten in der regulären Spielzeit Jetzt vielleicht die Chance für den Konter Gute Aktion Klasse Pass Bringt den Ball jetzt in die Mitte Nein, kein Tor Aber trotzdem eine tolle Szene Ein Konter wie aus dem Lehrbuch Naja, fast wie aus dem Lehrbuch Der krönende Abschluss Der hat gefehlt Seine Pässe kommen heute richtig gut an Ballverlust, ja, kein guter Konter So darf man es natürlich Sie haben es tatsächlich gepackt Ganz starke Leistung heute Und jetzt dürfen sie feiern Und da können wir nur gratulieren Eine wirklich tolle Vorstellung Und damit ein verhinterer Erfolg Er war heute aus meiner Sicht mit Abstand Der beste Spieler auf dem Platz Wie siehst du es, Buschi? Ganz toll Also überragend Ich habe mich total überzeugt Und das ging nur wegen der beiden Treffer Hallo und willkommen liebe Fußballfreunde Wir begrüßen Sie zu unserer heutigen Partie Ich bin auch heute wieder auf dem Fuß Und neben mir ist auch heute wieder Der Kollege Frank Buschmann Und wir sind zu Gast In der Relegation Klingt nach spatterndem Fußball Fuschi Anstieg oder Aufstieg Das ist die Frage Für die Relegation Das soll natürlich Verspannen Favorit Ich schaue die Schwarzgelben an 3-0 im Rutsch Da steht das Spiel Aber das geht auch gar nicht viel Er könnt ihr heute Eine Flügelrolle einnehmen Der Doppelpack In letztem Spiel Wird nicht zusätzlich Selbstvertraut gegeben haben Es wird garantiere Schwierigkeiten zu stoppen Wir brauchen keinen Sieger Keinen Rutsch Denn wir kaufen alle Spieler Weimar Rutsch Und wenn wir auch verlieren Nur das eine Reib besteht Da sehen wir die Aufstellung So spielt der Gastgeber heute Zwei Stunden vor Und dahinter zwei Vierketten Ein klassisches Vier-Zwein Ganz genau mal schauen Wie sieht damit heute zu sein Der Ball ist freigegeben Und das Spiel beginnt Er bringt den Ball jetzt nach vorne Jetzt die Flanke Schöner Einsatz Wichtig, dass sie da klären Jetzt der Ballverlust Auf außen ist jetzt Platz Kann er was draus machen Und da ist er vorbei am Verteidiger Jetzt können sie den Ball reinbringen Und jetzt die Chance Das sah gut aus Klasse dieser Volley Tolle Schusstechnik Am Ende knapp Ein berechtigter Freistoß Gut vom Schiedsrichter Er ermahnt den Spieler Anstatt gleich die Karte zu zeigen Und wir sehen Kommunikation ist wichtig Auf dem Platz Luka Tankulic Da ist er klasse rangekommen Ja, da war er zur Stelle Sehr gut Hingeächtet Hat genau den richtigen Zeitpunkt erwischt Um den Ball zu erreichen Da verlieren sie den Ball Fängt diesen Ball ab Jetzt ist es gefährlich Klasse aufgepasst Er hat den Ball So, was machen sie draus Kommt jetzt die Flanke rein Muss er gegeben Da waren sie noch dran Ist schon möglich Der Ball wird bei Regen natürlich schnell Und da rutscht ein Torhüter auch gerne Er zieht ab Ball erstmal aus der Gefahrenzone Gehalten Jetzt könnte er den Ball reinbringen Da setzt er sich gut durch Geht er rein Da hat nicht viel gefehlt Aber der Ball geht am Pfosten vorbei Und jetzt kriegt er doch noch seine Strafe Der Schiri belässt es allerdings bei Gelb Ja, für mich geht es in Ordnung, Wolf Hartes Einsteigen, aber nicht überhart Gute Gelegenheit Macht er gut Klasse Aktion Torwart hält den Ball fest Ja, könnte was werden Kein Grund zur Aufregung Es ist abgefiffen Da stand er im Abseits Als das Zuspiel kam Misslungene Ballannahme hier im Bedrängnis Ja, Ball ist erstmal weg Gute Aktion Pass wird abgefangen Aber das war auch wirklich kein gutes Zuspiel Das könnte die Chance werden Jetzt die Flanke Tolle Parade Und so geht der Ball knapp über die Latte Ecke in die Mitte Keeper geht auch nochmal sicher Faustet diese Ecke erstmal weg Sieht gefährlich aus Guter Einsatz Das war wichtig Kann er was draus machen Ja, das könnte was werden jetzt Die Nachspielzeit Zwei Minuten Viel Zeit ist das nicht mehr 0-0 zur Pause Bisher kein Team mit entscheidenden Vorteilen In dieser Partie Uns hat diese erste Hälfte Ich hoffe, das spreche ich auch für dich Gut gefallen Und klar Mit der Führung im Rücken Können sie gleich noch selbstsicherer auftreten Ja, einfach dem zweiten Durchgang gelassener entgegensehen Sollten aber nicht den Fehler machen Sich auf diesem Ergebnis auszuholen Wir gehen rein in die zweite Hälfte In diesem Finale Schauen wir mal, wer jetzt den besseren Start erwischt Kommt jetzt die Flanke rein Flanke kommt an den kurzen Fossen Er pariert, aber der Ball bleibt im Spiel Den hält er völlig ohne Probleme Er geht in den Strafraum Gut, irgendwann Buschi Irgendwann musste dieses Tor einfach fallen Oder anders formuliert Es war nur eine Frage der Zeit Und hier nochmal die Wiederholung des Tores Also die Ecke kommt richtig klasse rein Und dann passt auch noch der Abschluss Das Tor hat jetzt nochmal eine andere Kamera eingefangen Danke an die Regie dafür Also das 1 zu 0 Mal sehen, wie es hier weitergeht Gefährlich Da ist Platz auf dem Flügel Guter Pass jetzt Stark gemacht, das könnte was werden Und noch eins Das ist der Doppelschlag Da waren sie wohl noch geschockt vom Gegentor Und dann klingelt es gleich wieder Ein richtiger Nackenschlag Zwei Tore in so kurzer Zeit Okay Dieses Tor gucken wir uns gerne nochmal Aus einer anderen Perspektive an Luka Tankulic Ja, könnte was werden Jetzt ist gefährlich Die Riesenschance Glanzparade gehalten Ecke in die Mitte Keine Gefahr hier Da hat er den Ball Nicht richtig getroffen So kann er da nicht hingehen Ist absolut gelbwürdig Und da zeigt er in Gelb Kann man durchaus geben So, er wird den Ball reinbringen Und was kann daraus entstehen? Sie kommen über den Flügel Da können sie jetzt flanken Jetzt gibt's Abstoß Gute Aktion Macht er gut Stark verteidigt Da geht die Fahne hoch Und das auch noch zurecht Der Pass kam vielleicht Ein Tick zu spät Dem Albutaz Klasse Pass Ich glaube für diese Aktion Sieht er gelb Naja, das lässt er nicht durchgehen Es gibt gelb Und jetzt muss der Spieler Natürlich aufpassen Da grätscht er voll in den Mann Riskante Aktion Er kann der Schiedsrichter Gar nicht anders So eine Grätsche Musst du unterbinden Ah, sie werden den Ball Scharf reinbringen Und wir gucken Was sie daraus machen Das ist jetzt seine Chance Jetzt kommt der Schuss Ja, vielleicht ist hier noch was drin Ja, das müssen sie jetzt ausnutzen Vielleicht gibt ihnen dieses Tor Nochmal einen Schub Aus dieser Entfernung Musst du einfach ein Tor erzielen Stimmt, aber Wir haben ja schon alles erlebt Dass Spieler Selbst aus solcher Distanz Das Tor noch verfehlt haben Aber sie müssen jetzt aufpassen Und da macht er sich natürlich Am Spielfeld dran Zu seinen Gedanken Das Gegentor gefällt ihm überhaupt nicht Und da wäre jetzt Platz Wirklich torgefährlich ist das am Ende nicht Gefährlich Gefährlich Situation geht weiter Immer noch gefährlich Gutes Auge in dieser Situation Er entscheidet auf Vorteil Sieht gefährlich aus Da hat der Torwart Gar kein Problem Jetzt der Ballverlust Jetzt ist es gefährlich Macht er gut Der Ball kommt nicht durch Abgeblockt So, das ist ein Moment Fürs Poesiealbum Für die Vereinschronik Auch fürs Vereinsmuseum Weil es gibt ja was dafür Es ist ein schöner Moment Du wirst doch vom Schleifchen Das Füchchen spüren Nö, 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 nö Es ist eben nicht nur das Schleifchen Das ist ein schönes Paket Was sie sich da gespürt haben Und heute kam So, das ist ein schönes Paket Für alle Zeiten sein Du wirst nicht bang Wir sind doch ein Du wirst nicht bang Und all I do Was to fall in me I have money, I'm alone Yeah, that opens our heart Aufstehen jetzt Es geht zum Zielfoto Das, liebe Freunde Ist die Postkarte der Saison Es ist eine brillante Leistung Mit der an meiner Seite Und eine tolle Leistung Aber man, ja, hurra Wir sind wieder da You never walk Alläng